Der SC Freiburg setzt den geglückten Saisonstart unter Julian Schuster fort und konnte mit dem 3-1 Heimsieg über den FC Augsburg den nächsten Dreier einfahren und in diesem Video zeige ich euch, wie ihnen das gelungen ist. Vorne im Pressing konnte man, wenn Augsburg mal den Ball hatte, sie aus dem eigenen 4-2-3-1 heraus ganz gut zustellen, ohne die eigenen Spieler zu eig aus der Position zu ziehen. Augsburg hat aus einem 3-5-2 heraus agiert, drei Innenverteidiger, ein Sechser, zwei Achter, zwei Schienenspieler außen und vorne zwei Stürmer, hatten in der ersten Halbzeit aber überhaupt keine Ambitionen, das Spiel von hinten heraus flach aufzubauen, dementsprechend folgte aber ohnehin der lange Ball, sobald man aktiv angelaufen wurde. Die konnte man wiederum aus Freiburgers Sicht ganz gut verteidigen, mit den Sechsern, mit den zwei Innenverteidigern und so kam Augsburg nur zu einer wirklich guten Chance in der ersten Halbzeit. Schauen wir wiederum, was Freiburg mit Ball gemacht hat, so haben die deutlich mehr angeboten, ich hoffe das Bild hier ist nicht zu verwirrend mit den ganzen Pfeilen, aber bei Sky ist es etwas schwierig Screenshots zu machen, beziehungsweise an Bildmaterial zu kommen, deshalb das jetzt aus den Highlights soweit, die es auf YouTube gibt. Aber wir sehen hier jedenfalls mit den weißen Linien das 5-3-2 von Augsburg und die waren aber auch im Mann-gegen-Mann-Pressing jeweils klar einem Gegenspieler zugeteilt. Das sieht man mit den gestrichelten Pfeilen, der SC baute meist aus einem 4-2-4 auf, wurde man gepresst, da habe ich jetzt hier keine Szene, dann hat man viele Spieler schon hochgeschoben und hat es dann mit den Innenverteidigern, Sechsern und der Überzahl inklusive Atubolu ausgespielt, um so dann relativ häufig ins mittlere und letzte Drittel zu gelangen, wie wir es jetzt eben hier sehen und dann hat man die Außenverteidiger oft hochgeschoben, wie in dem Beispiel, rechts Kübler, Doğan rückt ein, links Günther, Kifo rückt ein, so macht man das im Zentrum dann relativ eng, hatte da hin und wieder dann aber auch gute Lösungen. Hin und wieder ist man in einen 3-plus-1-Aufbau übergegangen, in dem Osterhage halb links neben die Innenverteidiger abgekippt ist, Eckestein dann als Sechser davor, ansonsten war das Zentrum eher statisch besetzt, hin und wieder gab es zwar auch Rotationen, aber vor allem auf dem Flügel war das sehr flexibel, rechts sehen wir Kübler, der ist eingerückt, das hat er sehr oft in dem Spiel gemacht, um dann Doğan außen etwas zu isolieren, dass er da mal den Ball alleine bekommen kann, beziehungsweise dann in einem 1 gegen 1 ist, links wiederum war es meistens so, das sehen wir hier, Günther ist hochgeschoben als Linksverteidiger, Kifo wiederum hat sich etwas fallen lassen, war da dann schon auch wieder für den Spielaufbau verantwortlich. Wie man dann aus dieser grundlegenden Herangehensweise gefährlich wurde, zeige ich euch jetzt gleich im Spielverlauf, zu Beginn muss man aber sagen, dass es in der Anfangsphase eher ein zähes Spiel war und sich vor allem zwischen den Strafräumen abgespielt hat, da gab es wenige Chancen, die beste hatte noch Augsburg mit Tietz, Freiburg suchte dann hin und wieder auch Tiefe über Bälle hinter die Kette, schaffte das dann aber nur selten, dafür war man ganz gut auf zweite Bälle und hielt körperlich gerade mit den Sechsern und Innenverteidigern echt gut dagegen. Man nahm dann das Heft des Handelns in die Hand, wodurch man zu einem klaren Chancenplus gegen harmlose Augsburger kam, wobei dies keine hochwertigen Chancen, sondern eher sehr gute Abschlüsse aus der Distanz waren. Wir hatten zunächst einen von Eggestein, den Heldlapovic noch, dann kommen wir jetzt aber zum 1 zu 0, da spielt man es echt mal gut aus. Grundlegend, ich habe hier mal noch rot markiert, links Günther und Kifo, der hier im Zentrum ist, rechts Doan und etwas tiefer Kübler, aber man sieht, die sind extrem eng, alle im Zentrum bzw. maximal in den Halbräumen, niemand besetzt die Breite und man spielt es bewusst durchs Zentrum auf extrem engem Raum aus. Das war nicht nur in dieser Szene der Fall und das verdient auf jeden Fall ein Lob, denn die Augsburger waren diese Saison dafür bekannt, dass man sie eher über den Flügel knacken kann, wenn überhaupt. Durchs Zentrum ging da eigentlich fast nichts. Das hat Gladbach am Spieltag zuvor schmerzlich zu spüren bekommen, aber Freiburg hat es hinbekommen. Grifo spielt den Doppelpass mit Dingji, der sich gut gelöst hat. Grifo bekommt ihn wieder, haut ihn dann rein zum 1 zu 0. Danach wurde das Offensivspiel, wie ich finde, dann auch deutlich flüssiger. Das war so ein bisschen der Brustlöser. Man kommt dann auch direkt danach zum 2 zu 0, da ist es eine Ecke von Grifo auf Lienhardt, der natürlich wieder einmal per Kopf trifft, wieder gegen Augsburg, nachdem er schon in beiden Länderspielen gerade getroffen hatte. Schauen wir uns aber auch noch das 3 zu 0 an. Es gab dann immer mehr Kombinationen, auch auf engem Raum. Es gab auch Rotationen, häufiger von Dohan und Dingji zum Beispiel. Sieht man jetzt hier, sind da beide auf engem Raum. Dohan bekommt den Ball zwischen den Linien, spielt dann direkt weiter auf Dingji, der leitet per Hacke jetzt wieder zurück in den freien Raum, in den Dohan eingestartet ist. Der nimmt dann außen Kübler mit. Wenn man es schneller spielt, könnte man hier sogar potenziell in den Halbraum reinkommen. Dingji ist da eingestartet. Matsima war noch vorne, weil der eben aufgrund des Mannbezugs auf Dohan vorher rausgerückt ist. Macht man nicht, man nimmt das Tempo etwas raus. Dann spielt es Kübler auf Dohan und man sieht jetzt hier, als er die Verlagerung rüber auf Günther spielt, die Augsburger sind alle auf die linke Seite orientiert, auf ihre linke Seite und keiner ist so wirklich auf der anderen Seite. Positiv ist auch hier wieder, man macht es extrem eng. Günther könnte ja auch ganz draußen an der Außenlinie stehen, aber dadurch, dass er so nah auf der anderen Seite ist, kann er den Ball halt in kürzester Zeit bekommen. Man nennt das auch das Prinzip der minimalen Breite. Davon ist eigentlich Julian Nagelsmann ein großer Verfechter, aber spannend, dass auch Schuster daraus setzt. Günther kann sich dann den Abschluss nehmen. Die Augsburger, ja man muss sagen, sie sind dann eigentlich da, verschieben es gut rüber. Dass der Schuss dann so reingeht, ist natürlich auch sehr unglücklich für die, wobei man sagen muss, wenn Günther diese Abschlüsse bekommt, dann sind die meistens auch zumindest sehr gefährlich. Zur Halbzeit hat Augsburg dann reagiert, wechselte dreimal in, beziehungsweise kurz nach der Halbzeit und gerade letzterer Wechsel von Arne Mayer belebte das Spiel, auch weil Claude Maurice dann von der Acht in den Doppelsturm vorgeschoben wurde und anstelle von SND eine spielerische Komponente ins Spiel der Augsburger brachte. Also Augsburg dann wirklich sehr verbessert. Was man auch häufiger gemacht hat, war, dass Giannullis, der linke Schienenspieler, etwas tiefer blieb. Dadurch hat er Kübler auf sich rausgezogen, was dann auf der rechten Abwehrseite von Freiburg immer wieder einen Raum kreiert hat, den der linke Achter Arne Mayer dann dynamisch belaufen konnte, dem sein Gegenspieler Eggestein hatte da dann durchaus Probleme, hat ihn immer wieder verfolgt. Dementsprechend hat er es dann auch ein Loch im Sechserraum von Freiburg gerissen und genau das konnte Augsburg dann auch beim Anschlusstreffer ausnutzen. Freiburg verteidigte nun auch wesentlich tiefer, Doran ließ sich oftmals in die letzte Linie zu einer Fünferkette fallen, wenn Augsburg dann selbst fünf Spieler in die letzte Linie schob. Das war allerdings nicht das Problem, wenn man so sicher stand, dann kam Augsburg eigentlich nicht zu Chancen. Das Problem war eher, wenn man dann wieder ins Anlaufen kam, denn dann war es wie gesagt so, dass Kübler vorgeschoben ist auf Giannullis, Eggestein dann rausziehen musste auf Arne Mayer, der immer wieder auf den Flügel abgekippt ist und das sieht man jetzt auch hier beim Tor von Augsburg. Mayer bringt den Ball dann rein in den Strafraum auf Claude Maurice, der es eben spielerisch echt gut gemacht hat, legt zurück auf Tietz und genau da fehlt dann halt Eggestein in dem Sechserraum. Osterhage ist dran, kann es aber allein nicht klären. Kübler kommt auch noch zu spät, weil er halt eben noch vorne im Pressing war und so fällt dann das 3 zu 1. Damit aber nicht genug, Augsburg war dann wirklich echt gut im Spiel, kam mehrfach zu Chancen, immer wieder über die linke Seite. Da hat man es richtig gut gemacht mit Giannullis, der das Spiel aufzieht von hinten von der linken Seite und Arne Mayer, der dann eben vorne in den freien Raum einläuft, weil Kübler eben auf Giannullis vorschiebt. Das ist auch hier wieder der Fall. Wir sehen Freiberger komplett Mann gegen Mann. Kübler öffnet den Raum, Augsburg eben 3-5-2. Arne Mayer läuft in den Raum. Giannullis spielt vorne auf Tietz. Der legt dann wiederum ab auf Arne Mayer. Giannullis hinterläuft ihn dann, bringt den Ball in den Strafraum auf Claude Maurice. Dann ist es etwas glücklich, wie der Ball zu Onjeka kommt. Der nimmt aber den Abschluss. Artubolo hält wieder stark, stellt einen guten Block im 1 gegen 1. Und genau das muss er aber nochmal machen, weil Augsburg sich nochmal über diesen linken Halbraum eine Chance kreierte. Wir sehen jetzt Freiburg hier im 4-4-2. Eggestein schließt den Raum im Zentrum echt schlecht, muss man sagen an der Stelle. Giannullis spielt vorne rein auf Tietz. Der macht ihn fest. Ginter rückt raus. Maier ist in dem Fall wieder draußen auf dem Flügel. Bindet Kübler mehr oder weniger. Das ist natürlich auch ein schlechtes Stellungsspiel. Aber wenn Mayer nicht da wäre, dann würde er den glaube ich klären. So kommt Giannullis zu einem Durchbruch hier auf der linken Seite. Artubolo kommt wieder raus und hält stark im 1 gegen 1. Das war auf jeden Fall sehr wichtig, diese zwei Paraden. Denn das hat man überhaupt nicht in den Griff bekommen. Bis Julian Schuster dann reagiert hat mit einem Wechsel und einer Umstellung. Und zwar hat man dann in der 77. Minute auf ein klares 5-3-2 mit und ohne Ball umgestellt. Entscheidend war dabei die Einwechslung von Höfler, der nach dieser starken Phase von Augsburg als zentraler Mann im Dreier Mittelfeld für mehr Kontrolle über ungefährlichen Ballbesitz sorgte. Man konnte es auch besser verteidigen, war dann meistens nur noch tief und dementsprechend hat Augsburg nicht wirklich die Lösung gefunden. Aber vor allem hat Freiburg wieder mehr Kontrolle erlangt, hatte selbst wieder mehr den Ball. Und der FCA hat offensiv dann keinen Zugriff mehr bekommen, hatte in der 5-minütigen Nachspielzeit glaube ich nicht einmal wirklich den Ball in den eigenen Reihen und lief dann fast nur noch hinterher. Das belegen auch die Zahlen, denn nach der Höfler-Einwechslung gab es nur noch einen Abschluss von Augsburg. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass der erste Freiburger Abschluss in der zweiten Halbzeit überhaupt war erst in der 88. Minute, da der Fokus im zweiten Durchgang dann nur noch auf der Verwaltung des Ergebnisses lag, mit und ohne Ball. Aber ja, muss man auch mal machen, so Siege einzufahren. Ich fand es dann ein bisschen schwach zu Beginn der zweiten Halbzeit, aber wiederum positiv zu bewerten, dass Schuster die richtigen Schlüsse gezogen hat, mit Höfler einen Spieler gebracht hat, der mehr Kontrolle ausüben konnte, mit und ohne Ball. Deshalb auf jeden Fall wieder mal eine gute Umstellung von Schuster, ein guter Auftritt auch. War jetzt nicht ganz so überzeugend in der zweiten Halbzeit. In der ersten meiner Ansicht nach auch nicht ganz überzeugend, weil man halt aus relativ wenig ziemlich viel gemacht hat. Muss man aber auch erstmal schaffen und man hätte, glaube ich, auch jederzeit nochmal einen Gang höher schalten können, wenn man gemusst hätte. Letztendlich gewinnt Freiburg hier aber dennoch verdient, auch wenn einem der Spielverlauf klar in die Karten gespielt hat, weil man aber auch die aktivere Mannschaft in der ursprünglichen Herangehensweise war. Da kam von Augsburg viel weniger. Freiburg hat es dann mit der Zeit immer besser gemacht. Natürlich war die Drei-Tore-Führung viel zu hoch, aber das ist gewissermaßen vielleicht auch die Qualität, die man mittlerweile im Kader hat. Oder was sagt ihr? Was ist eure Meinung zu meiner Analyse oder eure Erkenntnisse zum Spiel? Schreibt mir gerne all eure Gedanken in die Kommentare. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao! Tschüss! 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 Tschüss!